hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft together mit was reiter ja hallo recht herzlich willkommen mit euch zusammen auf dem damaka server genau ich habe schon mal ein bisschen steine gebrannt eben noch als wir kurz weg waren und es ist irgendwo kein feuer drinnen ist es nicht so ein eimer ja und deswegen bin ich ja gerade unterwegs und noch ein paar steinchen gemacht aber steine waren auch nicht doch da waren welche dran schon mal ausnehmen keine dran habe ich noch mal ein eimer da sind noch 50 und eine axt habe ich auch nicht mehr hätte bauen stückchen habe ich eisen habe ich würde gehen passt der spitzhacke ist auch wieder da ich lege mal den eimer voller lava in den zweiten ofen ok also nur einen geholt oder nicht ja ja den würden wir dann vielleicht besser ich glaube in den dritten tun weil im dritten habe ich steine reingelegt also habe ich gesehen da wusste ich nicht ist egal habe ich gewechselt schon steine oder ja aber ich habe noch ganz viel ich baue jetzt erst mal und du kannst steine holen gehen wohl noch im keller bin ich dann noch einmal bauen ich bin schon wieder zu hoch gelaufen eine etage jetzt so Zuck. So, Steine werden immer mehr abgebaut. Und dann haben wir gleich schon wieder ganz viele. Da ist Kies oder irgendwas am Untergrund. Oh, das war jetzt doof. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Habe ich noch Dreck? Ja, habe ich noch. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer jetzt. Und was wird schlimmer? Ich habe schon zwei Blöcke falsch gebaut. Egal, da kann ich erstmal so bleiben. Bei der Memoria ist es nur so weg. Da war halt ein Stein weniger. Jetzt habe ich da ein Standding gemacht und der war eigentlich nutzlos. So, haben wir noch? Habe ich noch Stein? Ich habe noch Stein. So, jetzt gehe ich erstmal noch Lava holen. Da war welche. Und da sind unsere Öfen. So, wir haben jetzt schon richtig weit wieder was gebaut. Okay. Geht nochmal Lava holen. Da ist noch genug drin. Oh Mist. Ich habe den weggeschossen. Da ist noch was drinnen. Da ist auch noch was drinnen. Dann kann ich den einfach reinlegen. Hast du die Steine alle rausgenommen, ne? Ja. So. Und Steck da. Jetzt haben wir noch zwei Steine. Da warte ich gerade ab. Dann baue ich mir auch noch welche. Und dann kann ich sechs Stück bauen, oder? So. So, 24 habe ich nochmal. Dann gucke ich mal, dass ich da hoch bin. So, soll der Turm jetzt noch höher werden als hier? Weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Das muss ja so ein bisschen auch mit der Begründung. So, du bist nur jetzt oben. ich bin auf der Dreckleiter, die ich mir hochgebohrt habe, genau. Ich weiß nicht warum, wir haben noch eine ganze Treppe. Also wenn man es jetzt so sieht, dann... Der Turm sieht aus wie so ein Bunker, also... Ja. Ich bin auf der Dreckleiter, die ich mir hochgebohrt habe, genau. Wie meine Gebäude, die ich baue. Und die Kirche, oder die Kathedrale, sind aus wie eine Kathedrale. Bisschen zu klein. Dann müssen wir uns das nochmal genauer angucken, meinst du? Ja, die müssten mal so ein bisschen auseinanderziehen, würde ich jetzt sagen. Von außen? Ja, von oben so anpacken und auseinanderziehen. Eine Kathedrale, oder was? Ja. Wir könnten das natürlich beheben, indem wir die Ecken rund bauen vom Turm. Dann wird das nicht mehr so sperrig aussehen. Lass uns mal einmal angucken, ne? Ich glaube, die äußeren Ecken sind ja auch rund, nur die nach innen nicht. Und wo hast du geguckt? Ich bin jetzt hier gerade am Fluss. Auf anderer Seite von der Brücke, also. Ja, der Turm sieht dort aus, ne? Wo bist du? Vorne ist er rund, genau. Ich bin jetzt hier auf der... in Fahrtrichtung Turm auf der rechten Seite. Ach ja, von Brücke, da fehlt so einer Mitte Lichter, das ist ja voll komisch geradeaus. So, jetzt habe ich hier einen Überblick und das sieht ja echt krass aus. Der sieht hier viel von hier her auf wie... viel anders aus. Viel zu dick. Da müssen wir was ändern, oder? Mhm. Die Höhe ist schon passend, denke ich mal. Ja. Könnte man oben schon ein bisschen abtragen und in die Spitze gehen, ne, oder? Ähm, ja, das würde ich sagen. Also man Spitzer, Spitzer oben macht schon. Und zum... Gegenschiff müsste man auf jeden Fall auch den Turm so schräg machen, vielleicht, dann sieht das besser aus. Warte mal, ist das da ein Fenster? Da ist ein... ein Stein fehlt da wohl, ne? Da leuchtet's raus, ne? Oh, guck mal, hier sitzt ein Hase an der Lava. Okay. Jetzt sitzt er in der Lava. Oh... Sau mir ein bisschen. Ne. Das hat doch schon so rumgesessen. Ja, super geklappt. Ich komm noch nicht hoch. Hier wie fuchtet mir einer von der Nase vorher. Ja. Also, das was wir hier... Ah, hier kann man sowieso die Ecke einen wegnehmen dann, ne? Ah, von oben machst du's, ne? Oh, oh Gott, ich bin tot. Super. Da war ein Stein nicht. Wieso hast du da einen Stein vergessen? Wieso vergisst du da oben einen Stein? Ich weiß es nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Okay. Ciao. Okay. Ich wollte gerade hier gucken, dass wir da vielleicht mal die Überlegung wert Ich glaube, das muss noch höher. Ich bist nur dann hochgekommen. Über das Dach. Achso. So läuft das hier also. Ja. Ne, das ist gar nicht mittig, sehe ich gerade. Da muss noch einer nach rechts weg und dann einen noch höher. Genau. Ah, hier. Ah. Ne, da muss noch höher. So, da muss noch einer weg. Da noch einer und da noch einer. Ich glaube, dann würde das Fenster einigermaßen aussehen. Ja, das sieht einigermaßen aus. Ah, hier stehst du. Oder sogar noch eine Etage höher machen, glaube ich. Das ist, wenn sie noch ein bisschen länger länger ist. Hast du noch eine Spitzhacke? Ja, aber die ist schon fast kaputt. Okay, dann machen wir gerade eine neue. Ähm, wie geht's vom schnellsten runter? Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, das überlebe ich. Aber man muss ja nichts riskieren. Gut. So, jetzt müsste es darüber irgendwie was mit vielleicht aussehen. Nein, weiter. Da. Das ist nichts annehmen. Ost, also du warst an der Spitzhacke, hast du gesagt. Hm. Du bist nur aufs Dach gekommen. So. Was von hier? Von der Seite? Irgendwo von der Seite bin ich da. Da bist du noch. Oh, mal. Wo bist du jetzt? Oben. Ganz oben. Ganz oben. Na, warte, da komme ich gleich mal hin. Da ist noch einer, der kann auch noch weg. Gut, passt. Ja, ich habe da jetzt gerade eine Ecke weggemacht. Wo gehst du jetzt hin? Ach, wieso gehe ich da noch weiter hoch? Ach, da unten hast du Erdelein gemacht jetzt. Ja, okay, dann kannst du ja wieder runter machen. Jetzt ist die Frage, wie weit der Turm dann besser wird. Aber, ich denke, wie der Turm besser wird, das müssten wir dann auch in einer weiteren Folge vielleicht machen, ne? Jo. Denn wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Dann kann man von hier... Oh, hier kann man, glaube ich, ganz sicher runterfahren. Echt? Ja, man kann sicher runterfahren. Okay. Ich habe Steuerung gerückt, anstatt Shift. Gut, dann... Auf zum Bett. Auf zum Bett, genau. Ich bin sofort da. Ja, dann... Sag mal was. Ja, dann... Würde ich sagen, echt herzlich danken fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen... Wenn ihr beim nächsten Mal... Auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.